Hallo, mein Name ist Jörg Knöhr. Sie kennen mich von meinen vielen Parodien, ich habe sie ja alle drauf, von der Inge Meisel bis zum Udo Lindbergh, aber das ist nicht das Thema. Ich möchte mal ganz kurz was zu diesem tollen Mikrofon sagen von Yellowtech. Ich hatte nämlich bisher immer ein Problem mit Radiosendern. Meine Programme möchte ich ja ein bisschen bewerben und die haben mich ja auch ganz gerne mal so als Interviewpartner, als Unterhaltungsfarbe, aber nicht am Telefon. So, hier war immer Schluss, aber jetzt habe ich die Lösung. Mit diesem Mikrofon bin ich mobil, kann von überall her Interviews machen und am Ende hört es sich so an, als wäre ich wirklich im Studio. Ja, das funktioniert so. Der Sender ruft mich am Telefon an, ich stelle auf Lautsprecher und antworte aber spontan alle Fragen ins Yellowtech-Mikrofon. So, dann schicke ich die Soundfiles an den Sender und die fügen das zusammen und für den Radiohörer hört es sich tatsächlich an, als wäre ich live im Studio. Problem gelöst. Und für mich ein unschätzbarer Foto. Vielen Dank, Yellowtech.